Was ist die NPD? Und das steht hier auch und hängt hier auch. Wir haben verschiedene Infoschilder, Unterleben und Demokratieleben zusammen erstellt mit einzelnen Aussagen der AfD, wo man Leuten einfach klar verdeutlichen kann, dass sie im Endeffekt damit eine rechtsextreme Partei wählen, Mandate bringen, Geld bringen und somit auch mitschuldig sind und mitverantwortlich sind für rechte Straf- und Gewalttaten, die leider immer mehr zunehmen im Wetteraukreis wie in Hessen. Hier vorne steht ein Infoschild zu den Ermordeten von einem rechtsterroristischen Anschlag und da das Thema rechter Terror so leider auch im Wetteraukreis eine lange Tradierung hat, würde ich jetzt die Elner vom Butzbacher Bündnis kurz nach oben bitten, um eine Veranstaltung vorzustellen und danach wird Pauli einen Sieg zur Auflockerung spielen. Ja, danke Andi. Hallo Florstadt, die solidarischen Grüße aus Butzbach vom Butzbacher Bündnis für Demokratie und Toleranz bin ich heute hier. Und wir waren sehr inspiriert von einer Veranstaltung, die zuletzt in Altenstadt stattgefunden hat und zwar die Buchvorstellung zu dem Buch Rechter Terror in Hessen von Sascha Schmidt und Yvonne Bayrauch, sodass wir die beiden AutorInnen jetzt nochmal nach Butzbach holen. Wir sind am 12. Oktober um 19 Uhr in der alten Turnhalle in Butzbach. Wir freuen uns sehr, wenn nicht nur Butzbacherinnen dort erscheinen, sondern auch Menschen, die sonst Interesse haben aus der Wetterau. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wir wollen dort auf die Geschichte des rechten Terrors der letzten 50, 70 Jahre oder wie weit sie zurückgehen schauen und aber auch schauen, was das bedeutet für heute. Also welche Kontinuitäten stellen wir vielleicht fest, was ist eigentlich passiert. Ich zum Beispiel war sehr überrascht davon als zugezogene Butzbacherin, dass es in den 80ern, glaube ich, schon einen Autobombenanschlag in Butzbach gab, weil man sich dort gegen die amerikanischen Bürgerinnen, die dort gelebt haben, gewehrt hat, weil die Nazis ja eben auch dort ein Feindbild gesehen haben. Insofern ist es super interessant und ich glaube, wir müssen auf die Vergangenheit gucken, um auch die Gegenwart zu verstehen, beziehungsweise auch in der Gegenwart achtsam zu sein. Und das, was wir heute machen, ist ja eben auch achtsam sein in der Gegenwart, denn was klar ist, in der Wetterau ist kein Platz für rechtsextreme oder sonstige rechtspopulistische Gruppen. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht, ich würde jetzt einfach rumlaufen und ein paar verteilen und wir würden uns total freuen, wenn Interessierte zu uns nach Butzbach kommen. Danke. Applaus Noch eine ganz kurze Ergänzung, bevor die Musik kommt. Auch Florstadt und Echze sind Bestandteil dieses Buches über rechten Terror in Hessen. Eine noch gar nicht lange zurückliegende Geschichte geht um die Old Prasers, ging um die Old Prasers, um Gaskammerpartys, um Waffenfünde unter einem großes Neonazi-Netzwerk. Und das leider viel zu lange wegschauen der Polizei, also auch für Sie als Menschen aus Sorgstadt und Umgebung, rate ich Ihnen auf jeden Fall, gehen Sie zur Veranstaltung, informieren Sie sich. Und nun übergebe ich an Pauli. Ja, ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn wir alle viel, viel mehr zusammen wären. Die Natur macht es uns vor, die kann es am besten, die bildet eine Einheit und alles funktioniert wie von Zauberhand. Die Sonne, die gibt alles, die hat alle Farben in mir. Ich habe mir sehr große Mühe gegeben, so bunt wie möglich zu sein. Ich spiele euch ein Lied für mehr Licht. Lass dich nie mehr so im Stich. Lauf, lauf los und suche dich. Was innen drin in dir ist, siehst du auch um dich herum. Wind, für deine Seele einen Hau. Licht, weil sie es so sehr braucht. Doch die innere Stimme, sie schreit schon so laut. Du warst es selbst, so fühlt sich beraubt. Lieb, liebe Sonne, du kehrt zurück. Zurück zu meinem Ich. Du fragst mich so oft, warum? Kannst du nicht bleiben? Ewig auf der Suche nach dem Licht. Um zu verweilen, wo die Wolkendecke bricht. Licht. Flieg, ja, fliege ganz hinauf. Dort tut sich der Himmel vor dir auf. Was innen drin in dir ist, siehst du auch um dir herum. Bleibt so lange, wie du es verstehst. Zu bewahren, was im Herzen ist. Doch die innere Stimme, sie schreit schon so laut. Du warst es selbst, so fühlst dich beraubt. Lieb, liebe Sonne, du kehrt zurück. Zurück zu meinem Ich. Du fragst mich so oft, warum? Kannst du nicht bleiben? Ewig auf der Suche nach dem Licht. Um zu verweilen, wo die Wolkendecke bricht. Nee, liebe Sonne, du kehrt zurück. Zurück zu meinem Ich. Du fragst mich so oft, warum? Kannst du nicht bleiben? Ewig auf der Suche nach dem Licht. Um zu verweilen, wo die Wolkendecke bricht. Licht. 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 Licht.